Sooo, los geht's! Jo, fütter den Poro. Futter fett. So, wir kommen zurück zu League of Legends. Diesmal wieder in Ara. Mit meiner Wenigkeit und Jinx. Und meiner Freundin mit Lyra. Du musst schon ein bisschen lauter werden. Ich bin beschäftigt. Ich muss mich konzentrieren. Ja, genau, alles klar. Konzentrieren. So. Guck mal, da. Guck, guck. Oh, oh, oh. Der andere, nicht der kleiner. Der fütter den. Oh, das war der Falsche. Nicht der, der Große. Ah. Na ja. Wenn seid beide fett. Wie geht's? Oh. 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 Geh weg von meiner Blume. Danke, wer auch immer das war. Danke, Schatz. Oh, ein Arschloch. Was will der von mir? Nicht gerade sehr gesprächig, weil der Aufnahme. Also, erzähl was. Ich spiele gerade. Ja, ich auch. Wo liegt da dein Problem? Bitte. Nur weil ich ihn festgehalten habe. Ah, da ist Nöwe. Schnell weg hier. Ich habe kein Mana mehr. Dafür habe ich ganz viel Geld. Du musst immer sterben. Ah, nein. Nein, nein, nein. Ah! Ah! Komm, ich würde den so gut tun. Ah! Ah! Erwischt! Das war wirklich hier. Lebst du denn noch? Was ist denn scharf? Du bist gerade ein Tier. Verdammt. Mein Erschirm hat ihn nicht mehr. Verdammt. Mein Erschirm hat ihn nicht mehr. Ah! Ah! Den habe ich auch. Temo gerettet. Ach, bevor ich gehe, schon noch ein paar Tränke. Erstmal mache ich den hier noch kalt. Ah! Ah! Scheiße! Dann nicht. Passt wohl, sie. Ja. Ja. Jetzt geht's los. Irgendwer hat gerade Übers geschrien. Hehehe. Hehehe. Verdammt. Mein Arschloch. Lieber Gott, bitte geflügt. Schatz, ob die alle jetzt keine Verteilung machen. Komm, ich will dich auch haben. Letzte Arschloch. Ich geh zurück. Ich will Nunu. Nunu. Der klaut mir jetzt Nunu der Arsch. So dumm, ne? Unglaublich. Nunu hat so scheiß Glück, ne? Ich bin doch nicht einmal gestorben. Oder doch einmal schon. Ich habe doch gesagt, ich krieg die noch. Ich hab doch gesagt, ich krieg die noch. Nein, nein... Kann ich auch nicht mehr schlafen? Ja, schon, ich hab noch nicht mehr geschrieben. So, da, ich hab ein... Dass ich mich? Timo hat noch so'n Keks für den Po ruf... für den kleinen Po... Wenn ich könnte, würde ich's jetzt alle kalt machen... Ich weiß... Die vielleicht... Ego... Oh, der geht noch an die Seite, der Arsch... Das Hörtchen gekriegt... Shen hat nur noch so wenig Leben... Verdamm, jetzt hat er ein bisschen viel... Eine Bombe macht... Da ist ein Pro-Roll, ein riesen Pro-Roll... Oh, hier... Ach ne, den kann ich nicht anklicken... Der sitzt da oben drauf vorne... Zu tief... Sowas als Haustier wäre geil... Verdammt, jetzt hab ich umsonst... Er kann mit seiner Riese sogar alles sauber lecken... So'n Staubsauger und Beschlag... Ja, so ungefähr... Komm her, du Arschloch... Ich... Ich auch... Ah... Wen jetzt... Mach erst nun... Voll, danke... Mach die... Kannst die fangen... Mach noch zu... Schönerst du... Ich komm... Ich schaff's aber... Scheiße, er geht auch noch an die Seite... War so klar... Mann... War so... Ja... Warte... Warte... Ich... Kannst du... Warte... 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 Ich... Warte... Schnell, ich kann. Ja. Seine Ulti. Ich liebe seine Ulti, weil sie gegen mich eingesetzt wird. Da kommen ja Kampfhäuser aus den Alben. Schaf. Nimm dich. Ich muss euch ausdrücken. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch gefragt habt, warum ich jetzt nicht so lange die Lass aufgeladen habe. Ich bin umgezogen mit meiner Freundin also zusammen und unser Internetanbieter hat so lange gebraucht. Deswegen habe ich auch gleich die zwei alten Videos direkt hochgeladen, als ich Internetverbindung hatte. Und jetzt wohne ich mit meiner Freundin zusammen und jetzt geht erstmal die Let's Play Karriere los. So, wie es sein sollte. Schon vor Monaten. Oh, mein Gott. Das wird so schönes. Danke. Das war meiner. Das ging dann durch. So ignorant. Er merkt uns alle, nicht nur ich! Bei mir waren es zwei, es ist noch schlimmer. Du warst ein Witz. Okay. Witz? Ja. Dass du ein Witz bist, weiß ich. Danke, heute gibt's kein Sex für dich, ey. Damit strafst du dich bloß selber. Aund! Alter! Alter! Er gibt dir vor. Ja, falsche. Tss. Du claust alles blaus. Jynx kann man gut klauen, ne? Hahahaha Hab ich recht Ich will auch nicht Jaja Ich hab's noch nicht Platz nahe an Schmeckt schon Och mann Ok 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 Schreie bitte, wenn du den Text kennst. Lalalalalala! Lalaala! Lalaala! Ratsch! Schreie! Ich bin so böse, oder? Ach echt. Ich würde jetzt erst auf... Nein, 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 nein! 7 Sekunden, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dann habe ich meine Ulti. Ah, juhu. Hatte ich gerade die Doppeltötung? Ah, das. Oh, euer Glück. Deine Dose ist leer. Ah, der Dämpfe. Ja, soll doch mal Zeit. Musst du die Maus rufen? Die ist so langsam. Ja, das stellt sie doch höher. Nein, ich meine, die Zyra ist so langsam. Die was? Die Zyra. Ja. Ja, wenn sie fliegen können, wäre schon von Vorteil. Auf die Schuhe. Du hast ja auch keine Schuhe, ey. Ja, was? Ja, was? Wenn ich auch gleich kaufen. Ja, dann meckern jetzt. Alles daneben, weil sie sich alles hinterher bewegen. Ich schieße einfach. Die Kaufe und eher die Hand. Ja, sie sind nicht schlecht. Ich kaufe einfach. Und jetzt wird's nochmal das Schlechte. Ich hab noch eine Sekunde und jetzt kommt Shen und in acht Sekunden kommt der Nächster. Ich komme. Ah, warum gleich ich? Los. Lol, hat null Schaden. Hast du eine Verwohnung gesagt? Oh, eine Verteidigung. Ich hab eine Ulke gemacht. Der hat auch eine Verteidigung wie so ein Bär, Alter. Nuno halt, ne? Ich mach jetzt meine Ulti hier hin. Boah. Verpiss dich. Was hab ich hier zu tun von mir? Ich hab zwei erwischt. Gönn mir auch mal was. Gönn mir auch mal was. Gönn mir auch mal was. Gönn. Gönn. Das mache ich jetzt nicht. Du auch. Gönn. Nimm das zurück. Nimm das zurück! Nimm das zurück. Fack. Cry Cry Motherfucker, crap. Oh, ich hab 25 Kills. Ich hab... 11. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ja. Guck mal, Kimo. Lol. Ich mach mal meine Flümchen noch mit dahin. Hehe. Voll gesnappt. Ich bin nicht sterben. Ich bin nicht sterben. Erwischt. Ich wollte nicht sterben. Ich wollte nicht sterben. Los, 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 los. Go, 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 go. Ich wollte nicht sterben. Komm, Mann. Ja, wir haben gewonnen. Schenk dir an, ey. Den krall ich mir jetzt auch. Good game. So, meine Freunde, das ist sowieso jetzt hier endet. Ah. Sag ich mal. Wollt ihr mich verarschen? Muss ich jetzt da ran? Dann sagst du schon Tschüss und dann sowas. Mach das nie wieder. Halt einfach demnächst die Fresse, dann passiert sowas hin. Willst du mich verarschen? Du sagst selber immer, wenn du's sagst, passiert's auch alles. Sei ruhig. Wieso sagst du zu mir halt die Fresse? Will. Wie geht's denn hier? Ja? Zwei Stiefel noch, irgendwie zwei Stiefel. Was kommt mal denn noch? Ich war da, ist doch jemand anderes. Ich bin auch noch mal. Ich bin auch noch mal. Ich bin auch noch mal. Denn wir haben gewonnen, nur durch mich. Macht's gut Leute, ich liebe euch. Sag Tschüss. Tschüss. Tschüss.